Und unter mir ist genau das Badezimmer und weil das unten immer so beschissen gelüftet ist, weil die dann so ein Pissfenster haben, hat der so eine Rohre hoch in das Obergeschoss gemacht, damit da ein bisschen besser Belüftung ist, ne? Und wenn irgendjemand geschissen hat, das hat sofort gerochen, aber wenn einer geredet hat, da ist das so laut durch die beschissene Rohre durch. Ich glaube, der macht das auch irgendwann mal nochmal nach draußen. Und ja, das ist es halt. Wie macht man eine Torte? Ähm, erstmal musst du eine Kuh melken, mit drei Eimern. Oben machst du drei Eimer, äh, Milchen. Oh, das sieht aber schuld aus, aber das ist nicht gleich. Ja, das weiß ich, weil das so ein beschissenes Stück weiter ist. Kannst du auch kaputt machen. Unten drei Stücke Weizen als Boden. Denn in der Mitte, ganz außen irgendwie zwei Eier, in der Mitte zwei, drei in der Reihe irgendwie eine scheiß Milch und so. Ja, 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 ja. Irgendwas sei ja genau, Zucker hat man ja gebaut, genau. Ja, das ist Zuckerrohr, oder? Ich besorg dir mal die Zutaten. Mach das, das ist schön. Weil das ist eigentlich nur was obligatorisches, aber das gehört dazu. Oh, ja, genau. Wir gehen. So schön hinstellen und so. Guckt uns an, wir haben eine Kuchen. Saren, wenn halt. Ja, du wirst nicht glauben, wie meine Opa sich eine Nacht aufgeregt hat, die letzte Nacht, wo wir im Hotel waren, ne? Die hat mich die ganze Zeit gequält mit ihrem scheiß Drecksgeschnarchel, ne? Ich mach meine Bies an, die haben ja schön so, äh, ja, Geräuschunterdrückung. Ich hör die dann also nicht, wenn die irgendwas sagt oder sowas. Und, äh, dann hab ich mein Bett schön weggeschoben, so weiter. Ganz schön weiter an den Flur so dran. Meine Oma ist ja faul. Die steht nicht auf, ne? Die dachte dann, niek, niek, schlaf, schlaf. Oder die schickt meine Opa. Den armen Mann, ey. Schlaf, schlaf, schlaf. Und dann, äh. Fuck, du hast das ganze Weizen genommen. Ja, ich hab ein bisschen, oh, sorry. Wir können ja die Maschinen nochmal anmachen eigentlich. Ja, aber ich glaub nicht, dass das schon alles gut ist. Ich geh da einfach rein. Ich mach einfach. Weil ich plant dann gleich Neues. Nein. Bei der O hab ich mit, ja. Ja gut, erzäh mal weiter von deiner Oma. Ja, da hab ich schon Beats angemacht, ne? Und was mach ich da an? Im Hotel hatten wir ja schön WLAN. MacBook Pro erstmal angemacht hier mit SSD-Speicher. Acht Sekunden an. Hattest du das in Griechenland? Jaja, mein Onkel hat das ja mitgebracht. Der ist ja nach Griechenland gefahren. Das stimmt. Hast du das gewusst? Ja. Okay, und dann, hast du schon gestartet? Ja. Und dann, was, äh, geb ich da ein? 90 Minuten auf, äh, die, auf den, äh, von den härtesten. Und brutalsten Dubstep-Drops. Ja, warum denn nicht? Ja, MacBook schön an, schön, äh, Ruhezustand. Aber der lädt dann ja trotzdem, weil das eine ganz neue Funktion ist. Von dem SSD-Speicher. Von dem neuen Mac OS Line. Ähm, Mountain Line. Egal. Und dann spürt er den ganzen Tag weiter. Bum! Warte, ich kann mal anmachen ein bisschen. Ist schon unten angekommen? Nein. Korn. Weiß ich noch nicht. Nein. Da. Okay. Da ist es. So. Man, mit den Beats, die ja natürlich auch schön nach außen dringen. Ah, da ist es. Gib mir mal zwei Korn. Meine Oma hat schon gesagt, was ist los, ne? Und das 90 Minuten. Und ich hab noch diese Replay-Seite benutzt, ne? Ich bin dabei eingeschlafen. Und nächsten Morgen, ne? War dann die Beats, weil ich mich so gedreht, sind die, äh, ist der, ist das Kabel so rausgegangen, ne? Meine Oma wacht so voll müde auf. Korn. Achso. Ja, drei. Hä, ich hab wohl wenig bekommen. Also nur das, was ich dir jetzt gegeben hab. Weil das noch nicht, glaub ich, alles freifahren. Ja, also deine Oma ist aufgewacht. Also meine, morgens, äh, meine Oma kommt so voll müde, siehst du schon so an. Oh, jetzt hab ich meinen Bildschirm angerotzt. Voll müde Sammanik. Deine scheiße GG. Was ist das eigentlich? Der Dupstep. Was? Dup-stup-step? Ja, Dup-stup. Das war schön, ey. Ach, geil. Siehste, wie ich bei meinem Death Metal einschlafe, so nix. Bei seinem Dup-step. Mhm. Klassenfahrt wird doch schön. Vor allem mit unserem Mitwohner, da sag ich mal. Ja, aber ich glaube, Dings, da wo wir hinfahren, da gibt es nur Zweierzimmer. Ach so. Ja, und wer geht wohl? Zu Wippen gehe ich wohl ins Zimmer. Hm. Das ist ne gute Frage, du. Albert. Das ist, äh, beide Gleichzeiten. Das war überhaupt nicht abgesprochen. Boah, ich muss mal den Ohr-Hörer hier wechseln. Den nicht, den Hörer, den Kopf-Hörer da. Alter, das, ich bin voll am schwitzen, Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, genau. Oder meine Oma, ne? Die sagt so, Alex, gimme mal so eine Bluse, ne? Er gibt dir so eine Bluse, steht so auf. Meine Oma ist ja faul. Keine Ahnung was, ne? Lässt sich ja von vorne ein bisschen den Arsch voll bedienen. Dann gibt mein Opa hier so eine Bluse aus dem Schrank, ne? Sie guckt das so an, ne? Schmeißt das so auf den Boden, ne? Alex, passt doch nicht zu Hause, ne? Mein Opa guckt sie zwei Sekunden an. Was soll ich machen? Das hab ich dann meinem Cousin erzählt und er kann ja kein Deutsch, ne? Er sagt, und dann die ganze Zeit, wir verarschen meinen Opa so, was das macht? Er sagt nicht, was soll ich machen, weil er kann ja kein Deutsch, ne? Er so, was das macht? Sitz am Bank. Komm, nirg, sitz am Bank. Und da war so eine Katze da, als wir auf Corfu waren, ne? Mein Opa so, Muschi, Muschi. Also da waren Deutsche neben uns noch, ne? Und meine Oma sagt so, Alex, wir übernehmen dich, ne? Und dann sagt sie, Muschi, Muschi. Ja, du bist auch so eine Muschi. Hat deine Mutti, deine Oma das zu deinem Opa gesagt oder andersrum? Nein, meine Oma hat das zu meinem Opa gesagt. Muschi, Muschi. Ich muss zwar ein verficktes Huhn finden. Und meine blöde Cousine hat sich irgendwie so scheiß Neon-Armbänder gekauft, ne? Ein Stück kostet irgendwie zwei Euro oder so, ne? Die hat so ein... Sieht jetzt aus wie Wolfgang Petry da mit seinem kippen Freundschaftsbändchen. Da kannst du mal erzählen, ihr... Also hier, entweder verlinkst du das in der Beschreibung, dieses Urlaub-Video, oder du, äh... Erzählst mal da, was in dieser tollen Jugend-Disco da gemacht ist. Ja, also, da waren wir im Hotel. Und da war Regen. Deshalb haben die das nach drinnen verlegt. Und die müssen ja den Sound zwischendurch abmischen. Deshalb sind die da ein Mischpult und ein Laptop da stehen. Da kein Make-up. Und dann, was hat der Nick dann gemacht? Der Nick ist nach vorne gegangen. Okay, das war der Nick auch in der Beschreibung. Was hat der Nick dann gemacht? Was ist denn der Typ neben dir? Mein Cousin. Der dumm. Wie ist denn das eigentlich das Licht angegangen? Das war die Post-Production. Das habe ich einfach eine weiße Ebene. Die habe ich auf weißes Licht gestellt. Und dann habe ich immer einen Frame Versatz gemacht, dass sie jeden zweiten Frame erscheint. Und dann war das so ein Stroboskop-Licht. Das sah aber richtig real aus. Danke. Deshalb habe ich das auch auf weiches Licht gestellt. Okay, dann bin ich nach vorne gegangen und dann sage ich meinem Onkel so, Mac, nie mal lauf. Warum ist der so schade? Bill, der hat das Aim-Skelett wieder. Du kriegst mich nicht, ha? Du sohn. Warum ist der hier gewesen? Ja, Mac, nimm mal auf. Macus. Macus, watt. Der weiter. Achso, ja. Dann bin ich nach vorne gegangen, dann sind wir mal auf, Mac. Ja, dann hat der aufgenommen, hier schön. Wie ich da vorne rangegangen bin. Und dann habe ich noch später Kyoto darunter gemischt. Und da habe ich einfach nur mit den scheiß Reglern irgendwas rumgemischt. Und habe da rumgehopst, als wäre ich Skrillex. Da war doch kein... Da habe ich auch meine... Doch. Das ist so in der Luft. Nein. Da war noch ein Spult. Das war bestimmt voll toll. Wie viele Leute waren eigentlich da? Keiner. Außer wir. Unsere Familie und irgendeine andere Russenfamilie war da. Was natürlich nicht... Oder meine Oma singt immer so... Schatzi, schenk mir ein Foto. Ich so, boah, halt den Rand, ne? Weil mir ging das die ganze Zeit auf den Sack, ne? Was, du hast auch deine Dup-Stämmen da immer. Meine Musik, die kann man auch hören. Herr Nick, ihr werdet nicht albern, ne? Okay, ich sing die auch. Ja, mach doch, ne? Das hätte die lieber nicht gesagt, die Frau. Dann ging es den ganzen Tag. And they still find all so wasted on us. Oder die war im Wohnzimmer. Ich war in meinem Zimmer da drin, halt, ne? Dann habe ich schon extra laut gemacht, damit ihr es auch hört. Tür aufgemacht. Und wenn es regnet, dann sagt meine Oma immer, Es regnet, Gott segnet, die Erde wird nass. Verdammt, ey. Schisssprung. Oder bei der Gamescom habe ich sowas gewonnen von Löwen oder irgendwas mit Sternzeichenhoroskop oder so. Ich bin ja nicht so einer, der so an sowas glaubt, ne? Die alte Omas. Wo soll ich die Samen hintun? Warum habe ich so wenig Samen? Weil ich habe mich schon dreimal gewixt, ey? Nein. Da, wo Dings, äh, ins obere Stockwerk, die ganze, äh, rechte Kiste. Da, wo Pflanzen so eine Scheiße sind. Das ist recht wenig eigentlich, ne? Obwohl, das meiste habe ich ja wieder eingeplant. Ja, genau da. Viel Crab in meinem Inventar. Oh, Crab. So eine Scheiße brauche ich gar nicht. Oh, let it out, no, let it out. Here it comes. Da mache ich mal ein bisschen Bibliothek weiter. Habe ich lange nicht gemacht. Ja, ich habe unten schon einmal Zuckerrohr abgefahren. Cool. Aber da unten in der Höhle waren wir auch nicht mehr. Seit zig Zeiten. Aber wir waren ja vor kurzem schon in einer anderen Höhle. Wo er natürlich so viel zu entdecken gab hier. Richtig schön Exploring-Kit. Ach, ich weiß auch, Pokémon, Diamant oder Perl. Dieses, äh, wo du dich da in die Erde runtergraben konntest. Und dann über Wi-Fi deine Freunde finden konntest. Oder so eine Scheiße. Die Höhlen, die waren manchmal richtig geil. Da konnte man nicht so auf den Couch und so machen. Diese alten Zeiten. Jetzt haben die so eine Scheiße, dass Kinder sich umbringen. Alter. Das musst du dir mal überlegen, ey. Bei Dings auch. Bei How I Met Your Mother war da so, äh, vor dem Einschlafen. Guck mal, Lilly. Der Schatten da oben sieht aus wie ein, äh, gefährlicher Clown. Gute Nacht. Ja. Hey Leute, ich habe auch immer How I Met Your Mother Scheiße gefunden. Diese, schon diese Anfänger haben mich total aufgeregt. Ja dann, ich hätte nichts anderes zu tun. Ich, äh, Dings. Das nicht, äh, keine andere Wahl, als mir diesen Crap anzugucken. Und nach zwei Folgen dachte ich mir so, ey Leute, das ist gar nicht so scheiße. Nein. Ja, und jetzt, äh, geht das. Nur, dass alle bar nicht stinzen sollen. Das regt mich auch mit der Facebook-Scheiße da. Ich weiß gar nicht, warum ich da angemeldet bin. Facebook? Ja. Mysterien des Lebens. Einer der größten Mysterien in unserer Geschichte. Wer hat diese Fotos gemacht vom fliegenden Flugzeug? Wat? Kennst du das nicht, das Bild? Einer der größten Mysterien... 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 ...of... 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 Was denn? Das ist fast der halbe Ghost von meinem Pinnel. Was hab ich denn ausgebaut? Bibi. Blocksp... Bibi? Ich weiß noch, wie ich nochmal... Ne, Scheiße. Das wollte ich nicht schreiben. Das würde ich machen. Set time to. Okay. Zwei Korn bitte. Gut, dann kriegst du einmal ein, ähm... Doppelkorn. Nein, dann kriegst du... Nein, nein. Ein Krombacher Korn. Und... ...einen Korn mit, äh, der get up singt für dich. Shut the fuck up, die Höhne ab! Das ist schon dieses eine Bild. Da gesehen war das. Und ich bin voll lang geschicken. Warte kurz. Warte. Jetzt schick ich dir jetzt mal. Geil, volle Let's Play drinne. Mach dir. So. Okay. Nein, da. 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 So. Ja, Kai. Ähm, warum bin ich jetzt hier in der Höhe... Scheiße. Falsch gelaufen. Und guck mal. Komisch. Hier ist die Konversation komplett stabil. Und wenn du mal irgendwie bei, äh, auf Mac oder so was Skype hast, ne? Was komischerweise angefangen hat, als Microsoft Skype aufgekauft hat. Stürzt es ihm ab. Mysteriös. Komisch, ne? Und hast du dir das Bild angeguckt? Bitte? Oh, ich hab jetzt eigentlich Speyer am Dessi, ne? Um Dessi. Ähm. Oder? Spöre ich denn, um, da. Koan, da. Hause. Bitte? Koan, sechs. Und dann das Bild von dem Mettler. Koan oder Rock. Oder ich, was das ist. Shut the fuck up, Güter. Oh, da. Flix. I'm no way. Was bauen wir jetzt? Ich glaube, ich mach mal jetzt ein paar Schilder da rein. Ich hoffe, wenn ich mal langsam aufhören nehme, meine Mutter regt mich schon total auf. Ja gut, dann geh mal, dann geh mal, dann geh mal. Wart warst du Pause, du? Ich hab das Video. Ich hab glaube ich nur noch 13 Minuten Internet. Ja, das ist ja erreicht. Nein. Ich will aufhören. Ja, wie hör doch jetzt auf. Ich hol doch die Schaltplatte eben. Ach so. Du hast auch immer. Du hast ja keinen Stein, deswegen so. So, dann machen wir nochmal zur Gründung des Tages der Teil hier aus. Und scheiß, wenn die Leute heute regt mich schon voll auf. Ich werd gleich fett den High School of the Dead Manga durchlesen, ey. Ja, das kann ich auch mal erzählen. Guckt euch High School of the Dead, die erste Staffel an. Die ist schön. Ja, also Leute, ne, wenn ihr irgendwelche Anime- oder Manga-Fans seid, dann kauft euch entweder einen Manga oder guckt den Anime, der ist genauso gut. Ist auf jeden Fall Titten. Titten? Titten, was ist das? Das sind einfach nur Bälle. Oder da war eine Frau so, das war am ersten Tag, da sind wir einkaufen gegangen, die hat so eine Melone gehalten und die hat voll fette Titten, ne. Und voll fette Ausstattung. Und dann mein Opa kommt und sagt so, ah, die hat dann drei Melonen. Na gut, ihr uren Kinder. Ja, Leute, warte mal, ähm, ja gut, tschüss. Okay, drei, zwei, ein. Ich hab die auch gesammelt. Nein. Warte, jetzt nochmal. Danke. Awesomeness. Schließ! Ha! Äh, ist schon aus? Boah, weiß nicht, ich geb mir jetzt erst mal eine Schrubben. Jetzt sieht's aus.